ja super sehr schön ja dann hallo und herzlich willkommen zu meinem vortrag zum thema super langsame joomla webseiten debuggen ich habe zu diesem zweck mal eine super langsame joomla webseite gebaut das ist immer ganz hilfreich es ist relativ praxisorientiert und soll euch dann helfen wenn ihr vor der herausforderung steht eine eine langsame seite schneller zu machen wenn es darum geht dass diese seite schneller werden soll müssen wir erstmal grundsätzlich beim seitenaufbau zwei schritte voneinander differenzieren der eine schritt ist der schritt bei dem joomla erst mal die seite quasi zusammenbaut also joomla rennt los joomla macht die datenbank abfragen joomla baut die artikel zusammen joomla ist die plugins durchlaufen das template wird geladen die parameter tralala und irgendwann fällt html raus das dann an den browser geht diese zeitspanne zwischen aufruf und html fällt an den browser raus nennen wir im fach sprecht die tfb die time to first byte das ist quasi die die zeit die der browser prinzip bedingt erst mal mit däumchen drehen verbringen muss weil er weiß ja noch gar nicht was da gleich kommt das ist der teil auf den sich auf den wir uns jetzt hier konzentrieren werden der andere part der nachkommt browser hat html dokument runter browser lädt 1000 css dateien browser passt javascript browser lädt viel zu große bilder diesen ganzen browser macht das jedes mal wenn man keine cash header gesetzt hat das ist auch alles hoch spannend aber passiert hier jetzt heute überhaupt nicht gibt es andere ressourcen für wenn ihr wissen wollt an welcher stelle ist denn grundsätzlich liegt bietet sich der network tab des jeweiligen browsers an ich refresh jetzt mal die seite wir machen mal die aller 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 langsamste seite die dieses projekt hier zu bieten hat man merkt dass das einen kurzen moment dauert ich habe ja gesagt ist super slow und man sieht jetzt dass die seite insgesamt 300 kb übertragen hat das steht hier unten dass der gesamte seitenaufbau 10,9 sekunden gedauert hat und man kann in dem ablaufdiagramm hier auch genauer aufgeschlüsselt sehen welcher schritt jetzt wie viel zeit in anspruch genommen hat und dieser ewig lange balken hier beim initialen aufruf das ist die time to first byte hier haben wir den server angeschubst gesagt gibt mal joomla das hier ist generierungszeit auf dem server und dann kommt irgendwann das eigentliche seitenergebnis hier nach 10,3 sekunden das ist ein bisschen lang wenn man eigentlich performance optimierung relativ ernsthaft betreiben möchte sollte eine ttfb von maximal 150 millisekunden drin sein an dem ziel schrammen wir jetzt bei dem projekt hier noch haarscharf vorbei und müssen uns jetzt mal auf die suche machen woran das wohl liegen könnte es gibt jetzt zwei zwei herangehensweisen das eine nenne ich das prinzip chaos das andere ist die richtige herangehensweise das prinzip chaos sieht man gerne in supportforen da stellt jemand die frage warum ist meine seite so langsam und dann kommen irgendwelche random vorschläge was man machen soll damit die schneller wird also sowas wie installieren man plug in wechsel mal den hoster mir gefällt das header bild nicht irgendwelche sachen die man dann machen soll manchmal hat man glück und erwischt dabei genau die ursache des problems ich persönlich bin da aber kein fan von sondern denkt mir können wir das nicht ein bisschen systematischer machen glücklicherweise gibt uns joomla für diese systematische herangehensweise das perfekte werkzeug an die hand nämlich das debug plugin das debug plugin aktiviert ihr in der globalen konfiguration und achtung disclaimer das macht ihr bitte nie 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 niemals auf einer live seite die irgendwie öffentlich erreichbar ist weil besagtes plugin nachher zum beispiel alle pfade durch die gegend schießt die datenbank abfragen alle im klartext drin sind also da verliert man einfach relativ viel infos über die seite die man da so in die in die welt hinein pustet ich weiß wir machen das alle und ständig aber macht das bitte einfach nicht ja 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 was du im plugin machen kannst ist dass du einstellen kannst dass nur eine bestimmte gruppe das ergebnis sieht das geht das verfälscht dir beim debugging aber unter unter umständen die ergebnisse sehr massiv wenn du zum beispiel ein caching hast das nur für public user das für eingeloggte nutzer nicht gilt ja dann bekommst du als eingeloggter nutzer ganz andere resultate als der nicht eingeloggte nutzer deswegen macht das irgendwie in einer geschlossenen umgebung genau ich werde das jetzt mal an ich lade unsere super 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 langsame seite nochmal neu bitte ja genau das wird jetzt fehlen genau die seite hat neu geladen es hat sich nichts verändert außer dass unten die joomla debug konsole dazu gekommen ist in der debug konsole gibt es zum ersten den abschnitt zur aktuellen session des benutzers da stehen zum beispiel wenn es eingeloggter benutzer ist die daten aus der user tabelle drin das ist ein weiterer grund dafür warum das nicht so clever ist das auf einer live seite zu machen die aktuelle session id drin ist alles super interessant interessiert uns gerade gar nicht für uns viel spannender sind die nächsten drei bereiche wir starten hier mal mit dem profil zum laufzeitverhalten das ja ist gold für unseren anwendungsfall hier gerade was ihr sehen könnt ist zum ersten hier oben ein zeitstrahl der generierungszeit von joomla aufgesplittet in die einzelnen schritte das kann man wahrscheinlich auf dem auf dem beamer ist das bei euch alles die gleiche farbe ich glaube der beamer hat gar keine birne das ist eine kartoffel die da reingeschraubt worden ist bei mir auf dem bild auf dem richtigen bildschirm kann man sehen dass das hier der bereich sehr grün ist und sich farblich deutlich von den anderen hier abhebt das ist auf dem beamer so semi gut hier unten sieht man es gut da oben nicht genau man kann hier drüber hofern und sieht dann wenn man über so einen über so einen balken hoffert welcher schritt das jeweils ist und wie lange der dauert tipp je roter desto schlecht das ist so die faustregel und gleiches gibt es auch noch mal zum speicherverbrauch da sind die schritte die am meisten speicher verbrauchen die die am rotesten sind was man dabei im hinterkopf haben muss das ist keine absolute bewertung also beim speicher zum beispiel hier ist jetzt der bereich rot der sagenhafte 4,2 mb arbeitsspeicher verbraucht das heißt jetzt nicht dass ihr los rennen müsst um da zwei mb draus zu machen sondern es ist immer in relation zu den anderen schritten das was besonders viel speicher im vergleich zu den anderen schritten braucht ist hier rot aber wir haben insgesamt einen speicherverbrauch von was ist das hier 9 mb also völlig im rahmen genau das hier ist ein erster indikator und das gibt es dann hier noch mal unten detailliert aufgesplittet auf die einzelnen schritte und jetzt muss der lukas mit der kamera fragen machen nämlich eine kleine wanderung hierüber die einzelnen schritte mal erklärt der allererste schritt after load wird von jumla dann aufgerufen wenn das jumla framework mit dem mit dem mit dem absoluten basis gedöns wenn das einmal geladen worden ist das ist zum beispiel auch der moment ab dem ist überhaupt erst diese debugging geschichte hier verfügbar bis dahin geht das noch gar nicht das seht ihr sind so 25 millisekunden das ist recht normal dann kommt ein zweiter schritt der schritt after initialize der wird dann aufgerufen wenn das framework glaube ich komplett geladen ist wenn die datenbank verbindung soweit steht das ist dieser erste schritt wenn ihr da auf diesem schritt ausreißer habt also da etwas ist wo es die ladezeit sehr nach oben zieht würde ich immer erstmal bei den plugins suchen weil das der früheste punkt ist wo sich plugins system plugins drauf hängen können und ausreißer sind immer ein klarer indikator dass eines der plugins da bunte sachen treibt und das ist der schritt in der jumla generierung wo jumla für sich festgestellt hat diese url gehört eigentlich zu dem menü eintrag der komponente der view und der id Der After-Route-Schritt braucht immer mehr Zeit, je mehr Menüeinträge man hat. Menüeinträge sind tatsächlich einer der wichtigsten Performance-Kriterien im Joomla-Kontext. Genau, wenn es da also massiv nach oben geht, auch da bei den Plugins mal schauen oder halt mal gucken, ob man die Menüeinträge ein bisschen zusammendampfen kann. Dann gibt es zwei Punkte, die mit der Komponente zu tun haben. Es gibt den Before-Render-Schritt und den After-Render-Schritt. Before-Render, da ist nur ganz wenig Zeit zwischen den beiden hier. Wenn hier die Zeit nach oben schießt, ist es in der Regel auch ein Plugin. Und After-Render ist die Zeit, wenn die Komponente komplett geladen wurde, ihr Gedöns gemacht hat. Hohe Zeiten auf dem After-Render bedeutet, Komponente ist langsam. Dann haben wir den After-Dispatch, das ist auch wieder eher in der Plugin-Schiene relevant. Und dann habt ihr für jedes einzelne Modul, das auf der Seite geladen wird, auch nochmal eine Angabe mit Before-Render und After-Render. Wobei die After-Render-Angabe sich jeweils auf die Ausführungszeit des eigentlichen Moduls bezieht und Before-Render wäre dann eher ein Plugin spannend. Genau. Für jeden einzelnen dieser Schritte bekommt ihr eine Angabe, wie viel Speicher hat der verbraucht. Eine Angabe, wie viel Speicher ist bis zu diesem Schritt jetzt insgesamt verbraucht. Also das hier sind die Summen von dem hier. Und das gleiche auch nochmal für die Ausführungszeit. Und die ganz offensichtliche Frage ist jetzt in diesem Zusammenhang erstens, warum ist die Komponente so brutal langsam? Die braucht ja knapp über fünf Sekunden. Und wieso braucht ein RSS-Feed über fünf Sekunden, um dargestellt zu werden? Wir haben jetzt hier also schon mit einem Blick auf diese Seite erfasst, wo sind die beiden Performance-Flaschenhälse dieser Seite, Komponente und Modul. So leicht kann das sein. Wir nehmen uns jetzt erstmal den Modul an. Da gucken wir mal rein. Und stellen fest, das ist ein ganz normales RSS-Modul. Und da wird irgendwie so ein super langsamer RSS-Feed geladen. Bedeutet, das RSS-Modul an sich macht seinen ganz normalen Job. Aber die externe Seite, die da angefragt wird, wo die RSS-Daten herkommen, die antwortet brutal langsam. Ist tatsächlich auch einer meiner Erfahrungswerte, dass massive Ausreißer in der TTFB sehr gerne mit irgendwelchen externen Diensten, externen Services, APIs, Schnittstellen oder sowas zu tun haben. Da kann man immer erstmal mit dem Stock drauf pieksen. Das ist immer eine gute Stelle. Jetzt ist die Frage in dem Zusammenhang, was machen wir denn damit, dass weniger wird? Es gibt die richtige Antwort und die, die der Kunde wahrscheinlich nehmen wird. Die richtige Antwort wäre wahrscheinlich, wir nehmen den RSS-Feed raus, weil das liest sowieso keiner. Da wird der Kunde aber wahrscheinlich nicht wollen. Also müssen wir diesen RSS-Feed drin lassen und die Seite trotzdem schnell bekommen. Wir haben den RSS-Feed an sich nicht im Griff. Ist nun mal so. Aber wenn wir uns mal überlegen, was das Modul macht. Das geht ja eigentlich nur hin. Ruf diese externen Daten ab. Und stellt die dann statisch dar. Es würde also theoretisch reichen, das einmal abzurufen, in der Seite zwischenzuspeichern und dann ist es ganz schnell da. Und einmal machen und dann zwischenspeichern ist nichts anderes als Caching. Mit anderen Worten, wir müssen jetzt mal das Caching für Joomla anwerfen. Es gibt, lasst mal überlegen, jetzt mindestens mal drei Stellen, wo man jetzt mit dem Caching rumspielen könnte. Wir fangen mal in den Systemeinstellungen an. Da habt ihr zum ersten die Auswahl des Cache-Speichers. Faustregel ist dabei, gibt es etwas anderes als Datei, dann nehmt etwas anderes als Datei, weil der Datei-Cache bei weitem die langsamste Methode ist, die da angeboten wird. Alle anderen Methoden sind in der Regel zumindest teilweise im Arbeitsspeicher. Der Datei-Cache von Joomla schreibt einfach lustig auf der Platte rum. Und ja, Festplatte oder SSD ist einfach langsamer als Arbeitsspeicher. Genau, deswegen, wenn es da eine Alternative gibt, dann tut euch das an. Ich nehme jetzt mal den APC zum Beispiel. Die Cache-Dauer ist ein relativ offensichtlicher Wert. Wie lange soll etwas zwischengespeichert werden? Steht standardmäßig auf 15 Minuten. Je höher der Wert, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer auf die Seite kommt und es gerade für diese Seite kein gültiges gecachedes Objekt gibt. Auf der anderen Seite, ja, so länger dauert es auch nach einer Aktualisierung, dass der Nutzer was sehen kann. Muss man also einfach so ein bisschen die Balance haben. Ist insbesondere dann interessant, wenn man da Inhalte cached, die sich quasi selbstständig aktualisieren. Also Beispiel das RSS-Feed. Wenn ich da jetzt die Zeit auf 24 Stunden setze und es ist, was weiß ich, tagesschau.de, da kommt alle fünf Minuten was Neues, dann ist wahrscheinlich meine Cache-Zeit an der Stelle etwas unglücklich gewählt. Ich lasse das jetzt mal bei den 15 Minuten. Plattform-spezifischer Cache. Der gemeine Browser an und für sich, wenn er eine Abfrage macht, schickt an den Server noch eine wichtige Information, nämlich den sogenannten User-Agent. Das können wir uns jetzt mal angucken. Da. Das ist dann sowas hier. Also die Info, was ist das für ein Browser, was ist das für ein Gerät. Es gibt, da sind ungefähr tausend Informationen drin und es gibt bei jedem dieser Informationen einen Grund, warum das genau da steht. Warum zum Beispiel mein Firefox, bei einem Chrome wird hier wahrscheinlich jetzt auch Mozilla 5.0 drin stehen, obwohl das überhaupt nichts mit Mozilla zu tun hat. Da gibt es Gründe für. Beim plattform-spezifischen Cache schaut sich Joomla diese Informationen an und erzeugt für jede Plattform, also konkret zum Beispiel für die Unterscheidung Mobil, Tablet und Smartphone, eigene Cache-Dateien. Das kann dann relevant sein, wenn man aus mehr unerfindlichen Gründen zum Beispiel ein Plugin einsetzt, was auf unterschiedlichen Mobilgeräten PHP-seitig eine Unterscheidung macht. Also es gibt so Plugins, da kann man sagen, wenn mobiler aufruft, dann dieses Template laden. Also kein Responsive Design Template, sondern ein ganz anderes Template laden. Wenn ihr keinen plattform-spezifischen Cache aktiviert habt, dann hebelt ihr diese Plugins aus. Dann wird das einmal generiert, einmal gecached und wenn dieser Aufruf, der da gerade passiert, dann ein Smartphone-Aufruf ist, bekommt der nächste Desktop-User dann das Smartphone-Template ausgeliefert. Genau, das hängt hinter dem plattform-spezifischen Cache. Gibt es da sonst noch was? Nö, genau. Und last but not least, ganz unten, weil das ja logisch ist, gibt es noch dann den eigentlichen Schalter, um den Cache an oder anzumachen. Die, euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass es da verschiedene Varianten gibt. Es gibt nämlich das normale Caching und das erweiterte Caching, weil diese Labels total selbsterklärend sind, was sich da jeweils hinter verbirgt. Noch einen Satz dazu. Hauptunterschied ist, dass beim normalen Caching jedes einzelne Modul der Seite eine eigene Cache-Datei bekommt. Also, wenn ich das jetzt anmache und wir würden in die Cache-Dateien gucken, gäbe es gleich eine Cache-Datei für das Hauptmenü, für den RSS-Feed und für das Login-Formular. Und der erweiterte Cache hingegen geht hin und erzeugt eine Cache-Datei für alle Module dieser Seite. Also, dann gibt es eine Cache-Datei und da drin sind die gecacheden Inhalte von genau dieser Modulkombination drin. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Da muss man tatsächlich auf die konkrete Seite gucken. Hintergrund ist, habe ich eine Seite, wo das immer gleiche Set an Modulen auf jeder Seite drin ist, ist der erweiterte Cache in der Regel die bessere Wahl, weil dann gibt es nur eine Cache-Datei, nur einen Aufruf auf die Festplatte oder auf den APC oder sonst was und ich bekomme das Ergebnis und kann es darstellen. Habe ich eine Seite, wo die Modulzusammensetzung auf den unterschiedlichen Seiten wechselt, dann ist der normale Cache wahrscheinlich die bessere Variante, weil ich dann für jede Seite eine eigene Cache-Datei bräuchte, wo die Module drin sind. Dann wechsle ich die Seite, da passt das aktuell angezeigte Modulset nicht zu dem, was im Cache ist. Also kann ich nicht aufs Caching zurückgreifen, also muss die Seite wieder neu generiert werden. Das ist so die Faustregel. Wir haben jetzt hier glücklicherweise überall die gleichen Module, deswegen werfe ich das jetzt mal in der Form an und wir laden das mal neu. Jetzt ist der erste Aufruf immer noch super langsam. Haben wir was falsch gemacht? Christian schüttelt den Kopf natürlich nicht. Wieso ist das so super langsam? Genau, der Cache ist ja noch leer. Ich habe den ja gerade erst angemacht und ich bin der erste Nutzer. Jetzt mache ich einen zweiten Aufruf. Bumm. Super duper schnell. Wir sind von 5 Sekunden TTFB auf 200 Millisekunden TTFB runter. Und wenn ich den jetzt mal auf Datei stelle, mal speichere, das nochmal aufrufe, dann können wir uns das einmal angucken. Genau, da kann man jetzt mal nämlich sehen, was da eigentlich alles gecached wird. Es gibt zum ersten den besagten Cache für die einzelnen Module, jetzt hier zum Beispiel für das Feed-Modul, der lustigerweise komplett leer ist. Da wird es sicherlich einen sehr guten Grund für geben. Ah, hier ist mal was mit Inhalt. Moment, wie war der Trick? Achso, ich soll einfach nur so. Man kann jetzt hier sehen, das ist ein sogenanntes serialisiertes PHP-Objekt und da ist schlicht das HTML dieses Moduls drin. Und das wird dann 1 zu 1 so ausgegeben. Das gibt es für die Module. Es gibt für die Komponenten ebenfalls die Möglichkeit, dann den Cache zu nutzen. Komponenten können sich aber aussuchen, ob sie das unterstützen oder nicht. Das ist immer so mit Vorsicht zu genießen. Und es gibt noch einen System-Cache, da ist zum Beispiel dann gecached, welche Plugins, welche Erweiterungen sind alle installiert, damit man dafür keine Datenbankabfrage machen muss. Genau, also haben wir jetzt mit einem simplen Mausklick dieses Feed-Problem schon mal gelöst. Es gibt jetzt noch eine Variante, wie man den Cache noch schneller machen kann, aber gleichzeitig auch das Risiko für Probleme noch mal massiv erhöht. Es gibt nämlich das Seiten-Cache-Plugin. Der Seiten-Cache geht hin und nimmt die gesamte Seite, alle Module, Komponentenausgabe, Template, Komplett, Tutto und speichert die fertig generierte Seite in den Cache weg. Wenn ich das jetzt mal anwerfe, kriege ich einen Unserialized-Fehler, der total plausibel ist. Moment. Ich mache den hier mal wieder aus. Ja, genau. Zack. So, es sind jetzt 150 Millisekunden, die diese Seite gebraucht hat. Und ja, wenn ich da jetzt den Cache-Treiber nochmal umstellen würde, könntet ihr sehen, dass da wirklich die gesamte Seite drin liegt. Der Seiten-Cache ist insofern etwas mit Vorsicht zu genießen, als dass immer dann, wenn Interaktivität ins Spiel kommt, es eine gewisse Chance gibt, dass auch Sachen mitgecached werden, die eigentlich zur Laufzeit generiert werden müssten. Also Formularerweiterungen sind so ein Beispiel, wenn die nicht auf den Seiten-Cache angepasst sind, beziehungsweise wenn man die in der Konfiguration von dem Seiten-Cache-Plugin nicht explizit ausgeschlossen hat. Das geht nämlich. Man kann Menüanträge ausschließen, wird dann zum Beispiel den Kontaktentrag rausnehmen. Man kann URLs ausschließen, das sind so die beiden Mechanismen. Dann kann es passieren, dass das Formular generiert wird. Man trägt was ein, drückt auf Absenden und man kommt wieder zum leeren Formular, weil das ist dann der Aufruf für, gib mir mal die gecachede Seite vom Kontaktformular und da ist halt nur ein leeres Formular drin. Und die Komponente kriegt gar keinen Aufruf mehr. Deswegen da tatsächlich rumprobieren. Das Risiko für Probleme erhöht sich exponentiell, sobald man anfängt, Module zum Beispiel in Beiträgen zu laden. Also diese ganzen Load-Module-Aufrufe, wenn man dann den Beitrag gecached hat und dann hingeht und das Modul aus dem Cache ausschließt, ist es dem Beitrag total egal. Also probiert das aus. Das braucht immer so ein bisschen Feintuning. Ja. Ja. Page-Cache, I'm not sure, but we can have a look. Page-Cache, I'm not sure, but we can have a look at the system, which one is it? Cache. No. A clear no. Yes. Ja, bitte. Lass das mal zum Schluss machen. Grätsch mir gleich nochmal dazwischen. Genau. Das zum Thema Joomla Caching. Modul ist jetzt, warte, ich packe den Cache nochmal an, dann ist das Modul nochmal schnell. Beziehungsweise ich nehme mal gerade das Modul raus, damit wir uns auf den zweiten großen Bereich konzentrieren können, der eben so super langsam war. Nehme ich diese Komponente. Ich rufe die jetzt nochmal auf. Ja. Waren wieder fünf Sekunden. Können wir hier auch klar sehen. 5,3. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das her? Und vor allen Dingen, wie können wir uns das weiter angucken? Weil das wird ja jetzt nicht weiter differenziert. Die wenigsten Komponenten differenzieren das überhaupt auch nur weiter. Erster Ansatzpunkt ist jetzt erstmal zu schauen, was an Datenbankabfragen passiert. Bei den meisten Performance Issues, die euch in der freien Wildbahn begegnen, ist Datenbank in der Regel ein großes Thema. Erster Indikator dafür, dass Datenbankmäßig Raum für die Optimierung ist, ist hier unten die Zahl, dass wir insgesamt 250 Millisekunden nur mit Datenbankabfragen verbracht haben. Und wenn ich jetzt mal hingehe und hier noch Other reinschreibe oder so. Ah ne, ich hatte schon was. Wir machen mal andersrum. Merkt euch mal, dass das gerade 250 Millisekunden waren. Jetzt nehme ich das hier mal raus. Wie lange ist es dann? Wahrscheinlich deutlich weniger. Ja, genau. Jetzt sind es 10 Millisekunden. Ungefilterte Ausgabe. 10 Millisekunden. Gefilterte Ausgabe. 270 Millisekunden. Also sobald man filtert, läuft da irgendwas schief. Gott sei Dank hat Joomla das Debugging für Datenbankabfragen hier mit drin. Warte mal, ich mache das mal kurz noch langsamer. Das ist noch nicht langsam genug. So, jetzt müsste es noch langsamer sein. Auf beiden, jetzt tut sich gar nichts. Na, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Ich kann es so lassen. Habe ich den PageCash drin? Das ist jetzt so schnell. Ja. So, Datenbankabfragen. Zwölf Abfragen sind insgesamt ausgefüllt worden. 260 Millisekunden hat das gedauert. Wir haben wieder diesen Balken hier. Die grauen Flächen, das sind die Zeiten in der Joomla-Generierung, wo gerade keine Datenbankabfrage läuft. Die ausgefüllten Flächen, die lassen sich dann einer Datenbankabfrage zuordnen. Bei jeder Datenbankabfrage, Lukas? Bei jeder Datenbankabfrage habt ihr eine Auskunft, ja, was wird da abgefragt? Wie lange hat das gedauert? Wie viele Ergebnisse sind zurückgegeben worden? In dem Fall hier jetzt eins. Und wir haben die weitere Möglichkeit, uns zum Ersten das sogenannte Explain Result dazu anzeigen zu lassen. Explain ist eine Funktion, in dem Fall zum Beispiel von MySQL, die uns genauere Einblicke gibt, was hat die Datenbank eigentlich gemacht, um dieses Ergebnis hier zusammenzustellen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir haben innerhalb der Abfrage nochmal ein Profiling. Wir können also sehen, mit welchem Schritt hat die Datenbank da besonders viel Zeit verbracht. Gibt es zum Beispiel so Fälle, das hatten wir vor kurzem in einem Kundenprojekt. Da hat das Locking, also das System Lock, extrem lange gedauert. Der mich hier erinnert sich mit Schmerz. Hintergrund war in dem Fall, dass es, es war ein größeres Shop-Projekt und die Kategorie-Seitenabfragen waren extrem langsam. Hintergrund war, das war eine MySQL-Tabelle in dem älteren Datenbankformat, dem MyIsam. Und MyIsam kann nicht gleichzeitig eine schreibende und eine lesende Abfrage durchführen. Bedeutet, jedes Mal, wenn sich irgendwas an dieser Kategorie-Tabelle verändert hat, hat die Datenbank da ein sogenanntes Full-Table-Lock draufgeworfen. Also hat gesagt, da darf jetzt nichts mehr passieren. Keiner mehr lesen kann gar nichts, solange hier geschrieben wird. Und hat alle lesenden Zugriffe so lange geblockt. Jetzt ist aus mehr unerfindlichen Gründen in besagtem Projekt ein Plug-in aktiv gewesen, das bei jedem Kategorie-Seitenaufruf den Hit-Counter hochgesetzt hat. Also jeder Klick hat diese Tabelle geschrieben, die in der Zeit für alle anderen Aufrufe blockiert war. Dann konnte der nächste Select erst kommen. Der wiederum hat den Hit-Counter hochgesetzt, der alle folgenden Abfragen blockiert hat. Genau, und das kann man dann hier relativ gut sehen. Wenn eine einfache Abfrage sehr langsam ist, ist Locking immer so ein gutes Thema. Last but not least gibt es noch den Call-Stack. Der Call-Stack zeigt genau an, woher die Abfrage kam. Man kann zum Beispiel jetzt hier bei der Komponentenabfrage sehen. Das kommt aus dem Menü-Modul. Da geht es wahrscheinlich darum, die Menü-Einträge zu generieren. Das ist immer hilfreich, wenn man das mal eingrenzen will. Wir suchen uns jetzt mal eine furchtbar, furchtbar, furchtbar langsame Abfrage. Und praktischerweise haben wir hier eine gefunden. Moment, die mache ich jetzt mal noch ein bisschen langsamer. Je langsamer gehst du gut. Oh, ist die schön langsam. Oh Gott, sieben Sekunden. Oh Gott. So, und jetzt gucken wir uns die mal genauer an. Irgendjemand scheint hier eine Komponente installiert zu haben, die heißt com super slow und bremst irgendwie die Abfragen aus. Das kann man hier im Call-Stack sehen. Die kommt nämlich aus dem Model von dieser com super slow. Genau, beziehungsweise kommt aus der View und läuft dann hier durch. Genau. Und man kann sehen, die macht eigentlich nicht sonderlich viel. Diejenigen, die der Datenbanksprache nicht mächtig sind, ich übersetze das mal. Gebe mir alles, ist das Sternchen, aus dieser Tabelle, wo der Titel anfängt mit other und danach kommt irgendwas. Das ist SQL übersetzt in Menschensprache. Und wir bekommen jetzt hier zwei interessante Infos direkt auf den ersten Blick. Die erste interessante Info ist, wir zeigen hier oben 30 Ergebnisse an. Aber die Datenbank gibt uns 387 Ergebnisse zurück. Was ist passiert? Der Entwickler, der Depp, hat vergessen, die Anzahl der zurückgegebenen Ergebnisse auf das zu begrenzen, was er auch wirklich anzeigt. Mit anderen Worten, hier jetzt mal die 30. Wir laden das mal neu und werden feststellen, dass das schon mal einen merklichen Unterschied macht, hoffentlich. Genau. Ja, genau, das hat uns schon mal 6,8 Sekunden gebracht. Das ist hier jetzt mal so ein konstruiertes Beispiel, aber glaubt nicht, dass ich das frei erfunden habe. Ich sehe das regelmäßig, dass das komplette Datenset aus der Datenbank zurückgegeben wird. Und dann geht jemand in PHP hin und sagt, ich gebe nur die ersten 10 aus. Was soll denn da schon passieren? Das kann man machen, aber das ist echt eine ganz saublöde Idee. Die zweite Meldung, die wir bekommen, steht hier im Explain in rot mit gelber Hinterlegung, so als wollte man uns auf etwas Wichtiges hinweisen. Es ist nämlich die Meldung, dass kein Index-Schlüssel genutzt werden konnte. Indizes sind im Datenbank-Kontext, könnt ihr euch wie so eine Art Schnellregister vorstellen. Da wird also in der Datenbank für eine bestimmte Spalte abgelegt, alle Werte, die mit A anfangen, findest du da und da und da und da. Dann geht es von da aus weiter. Bei denen, die mit A anfangen, wo als nächstes ein B kommt, die liegen nur noch da und da und da. Und über diesen Baum, man nennt das dann ein Binary Tree, wird dann abgelegt und das immer weiter eingegrenzt. Wir haben jetzt hier ein Filtering drin, das uns sagt, gib mal alle, die mit Other anfangen. Und die Datenbank beschwert sich darüber, dass es für diese Spalte Original Title eben überhaupt kein Index gibt. Und das führt dazu, dass die Datenbank hier in diesem Fall durch 5,5 Millionen Einträge suchen muss. Das Ganze am besten noch immer in die Festplatte schreibt, um nur die richtigen Ergebnisse zu finden. Wir gehen jetzt mal hin und setzen mal gerade ein Index. Man merkt schon, dass das einen kurzen Moment dauert. Struktur. Genau. Und zwar ein Index auf die Spalte Original Title. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, weil die Datenbank geht. jetzt hingeht und diesen Index generiert. Indizes machen als Faustregel Dinge nicht unbedingt langsamer. Also lieber ein zu viel als zu wenig. Aber sie brauchen Speicherplatz in Form von Festplattenspeicher, weil muss halt irgendwo abgelegt werden. Oder RAM. Genau. Im Idealfall. Filterbar oder sortierbar. Genau. Während der hier generiert. Mal angenommen, ich würde jetzt einen Index machen über zwei Spalten. Nämlich in dem Fall, weiß ich nicht mal, den Primary Title und den Original Title. Ach komm, wir machen das gleich mal. Wir schauen erst mal. Also ich habe jetzt mal den Index auf den Original Title gemacht. Und wir werden feststellen, dass das noch nicht rennt wie Sau, aber dass das unserer Datenbankabfrage sehr gut getan hat. Man sieht es, aus den 280 Millisekunden sind 30 Millisekunden geworden. Und er sagt jetzt beim Explain auch, dass er diese Spalte nutzen konnte. Und das macht diese Art von Abfragen massiv schneller. Die andere Art von Index, also es war jetzt ein Index auf eine Spalte. Man kann Indizes aber auch auf mehrere Spalten legen. Und da gibt es eine Reihenfolge. Ich mache jetzt mal erst auf Primary Title und dann auf Original Title. Welche fragen wir ab? Original Title, ja. So. Jetzt macht er einen Index, wo sowohl die Werte für den primären Titel drinstehen, als auch für den Original Title. Wer aber eben in meiner Baumstrukturgeschichte zugehört hat, ist natürlich klar, dass da nicht zwei Bäume nebeneinander stehen können. Bedeutet, bei einem Index über mehrere Spalten gibt es erst den Baum für die erste Spalte. Und da drin sind die Bäume für die weiteren Spalten an den entsprechenden Stellen abgelegt. Das bedeutet auch, dass so ein Index nur dann benutzt werden kann, wenn die abgefragte Spalte die erste in diesem Index ist. Klingt mega komplex. Könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen. Mit Indizes kann man verrückte Sachen machen. Aber aus diesem Grund wird der Index, den ich hier gerade anlege, jetzt überhaupt nichts bringen, weil er auf die falsche Spalte zeigt. Ja, bitte. Einfach, weil du auch die Führung erwähnt hast. MySQL kann keine Unities nutzen, wenn ihr abwärts sortiert. Einmal für die Aufnahme, ein Einwurf aus dem Publikum. MySQL kann dann keine Indizes nutzen, wenn abwärts sortiert wird. Auch das ist eine wichtige Info. Genau, ich habe hier den Index angelegt. Erste Spalte, Primary Title. Wir filtern aber auf den Original Title. Ergebnis, der Index kann nicht benutzt werden. Die Abfrage ist wieder super langsam. Jetzt machen wir den, ich mache da jetzt wieder einen guten Index rein. Ein weiterer ganz beliebter Fallstrick bei Indizes ist übrigens, sind Like Statements. Also so wie es jetzt hier gerade ist, fängt damit an und dann Wildcard ist kein Thema. Problematisch wird es aber, wenn man aus dem hier ein, den da macht. Also wenn jetzt in der Abfrage drinne steht, irgendwas, dann ein Wort und dann nochmal irgendwas. Wir gucken mal rein. Ich glaube, jetzt habe ich die Abfrage auch kaputt gemacht. Ne, habe ich nicht. Genau, Abfrage ist jetzt, gebe mir was, wo irgendetwas kommt, dann meinen Suchwert und dann nochmal ein Platzhalter, der auf alles matcht. Auf diese Abfragen kann es prinzipbedingt kein Index geben, weil ein Index ja immer bei dem ersten Buchstaben, bei dem ersten Character dieses Wortes anfängt. Und wenn ich sage, da kann irgendwas kommen, kann dementsprechend auch kein Index benutzt werden. Genau, dann braucht man andere Arten. Ja, sagen wir es mal so, man nimmt dann normalerweise, also das ist jetzt ein Varscha, also kurzer String bei den Textspalten. Wenn es der richtige Datenbanktyp ist, gibt es auch vernünftige Volltextsuche, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass das performancemäßig viel, 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 viel teurer ist, als wenn man irgendwie einen Index benutzen kann. Das ist letztlich der Grund dafür, warum der Confinder, also der Suchindex von Joomla4, von Joomla3 und Joomla4 so funktioniert, wie er funktioniert. Der geht nämlich hin und berechnet diese Tabellen quasi vor. Der weiß dann, dieses Wort, das dann alleine steht, ist in dem und dem und dem Inhalt, wird es verwendet. Man kann dann auf diese Wortspalte einen ordentlichen Index von der Datenbank machen, das ist dann super schnell. Man bekommt dann im Confinder also zuerst die Info, wo steht das und kann dann die eigentlichen Ergebnisse abrufen. Das ist die Funktion unter der Haube. Genau. So, jetzt braucht unsere Abfrage inzwischen noch vier Millisekunden. Also wir haben total gute Arbeit geleistet. Es ist nur leider so, dass die Seite immer noch insgesamt fünf Sekunden braucht. Und diese fünf Sekunden stecken immer noch in dieser komischen Komponente. Jetzt kommt der letzte Schritt, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann ruft man mich an. Oder wenn ihr, das ist die einfache Lösung, die andere Variante, wenn ihr da selber hinter wollt, wäre dann tatsächlich einen ordentlichen Profiler einzusetzen. Gängige Software dafür ist XDebug, ist ein Plugin für PHP, das ihr nie, 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 niemals auf einem Live-Server einsetzt, sondern immer nur lokal. XDebug hat einen Profiling-Mode, den ich jetzt mal anmache. Einmal den Server neu starte. Dann rufe ich die Seite auf. Und was jetzt unter der Haube passiert, ist, dass XDebug quasi Buch führt. Welcher Aufruf ist wann passiert, wie lange hat der gedauert, woher kam der, woher ging der. Und daraus wird jetzt eine Profiling-Datei erstellt, die wir gleich einlesen können. Das ist jetzt gerade passiert. Jetzt nehme ich das wieder raus, damit ich das nicht vergesse. Das ist nämlich sehr teuer. Aus, an. So, jetzt müssen wir uns einmal gerade die Datei kopieren, die da erzeugt worden ist. Das ist die da. Und dann kann man mit einem Tool seiner Wahl, ich benutze dafür sehr gerne XDebug, diesen Profiler-Snapshot, so heißt das dann im Fachsprech, einlesen. Genau. Ich würde euch sehr gönnen, dass das etwas größer wäre, aber ich glaube, ich kann hier nicht zoomen. Ich kann mal gucken, ob der Presentation-Mode hier funktioniert. Nö, super. Ja, da müsst ihr durch oder kommt weiter nach vorne oder ich zeige es gleich nochmal im One-on-One. Jetzt hat er das zugemacht. Ich bin schon auf der niedrigsten. Ich beschreibe es euch jetzt mal. Was man hier jeweils sehen kann, ist in der Standardsortierung, man hat hier jeden einzelnen Aufruf, einer, jeden Methode, standardmäßig erstmal sortiert nach Zeit. Zeit bedeutet in dem Fall, die Zeit, die vergangen ist vom, ich gehe in den Aufruf rein, bis ich gehe aus dem Aufruf wieder raus. Deswegen braucht die Index-PHP hier jetzt 5,861 Sekunden, weil es einfach dauert, bis die von oben einmal komplett durchlaufen ist. Da ist ja der komplette Joomla-Aufruf zwischen. Interessanter ist deswegen die zweite Spalte, die heißt Own-Time. Wenn wir danach mal absteigend sortieren, finden wir heraus, welche einzelnen Aufrufe eigentlich wie lang gebraucht haben und wie groß deren Anteil an der Gesamtladezeit ist. Da findet man hier jetzt zum Beispiel ganz viel zum Thema JLoader. Das ist der Part, wo die ganzen Klassen von Joomla geladen werden. Wir haben die MySQL iQuery, das sind die Datenbankabfragen. Irgendwas, wo irgendwas mit HTML manipuliert wird. Und ganz oben steht so ein Aufruf Sleep. Sleep ist eine PHP-Funktion, die nichts anderes macht als mal kurz Pause. Und irgendjemand, ich weiß nicht wer, scheint in dieser Datei Default.php von der Komponente Superslow ein Sleep reingesetzt haben. Und das kann man über dieses Profiling sehr genau nachvollziehen. Man sieht also dann, was passiert da wirklich unter der Haube. Jetzt gehen wir mal in besagte Datei. Tatsache, da ist ein Sleep 5 drin. Den nehmen wir doch mal raus. Der gehört da ja gar nicht hin. Und werden ganz erstaunt feststellen, dass unsere Seite plötzlich nicht mehr super slow, sondern super schnell ist. Genau. Das geht mit dem Profiler von Xdebug. Das ist so der letzte Weg, wenn man alle anderen Möglichkeiten, die einfacher sind, ausgeschöpft hat. Es gibt ein paar Online-Dienste, die Ähnliches leisten. Wie heißt das nochmal das? Auf PHP-spezialisierte Dingsbums. Ich gucke das gleich mal nach. Es gibt einige davon. Genau, aber ich glaube, im Normalfall seid ihr wahrscheinlich mit Xdebug ganz gut beraten. Bitte was? Ja, Send hat da auch. Die haben das in ihrem Send-Server drin. Und es gab da ein SaaS. Da musstest du irgendein PHP-Modul im Server mitladen. Und dann hat der das im Hintergrund in die USA übertragen oder irgendwie so coole Sachen, weshalb ich eher ein Fan von Xdebug bin. Genau. Das ist mein persönlicher Ansatz, um in Kundenprojekten oder bei Projekten ekliger Art ein Performance-Problem wirklich systematisch einzugrenzen. Es gibt kein Patentrezept, wie man solche Probleme dann lösen kann. Das ist dann eine Frage der jeweiligen Situation. Aber man findet es darüber wenigstens heraus, woran es liegt. Wenn es ans Lösen geht, ja, tatsächlich konkrete Situationen gucken. Mal hilft Caching, mal hilft ein zusätzlicher Index, mal hilft es, eine Komponente rauszuwerfen, weil die irgendwie grottig implementiert ist. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Sachen vorgenerieren in Cronjobs oder sowas gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, um da anzusetzen. Also das sind die beiden Indizes, die wir eben generiert haben. Wir haben zum ersten den Index, den wir mal Primary Title genannt haben, aber das ist zufällig. Der geht über zwei Spalten und ich habe noch einen weiteren Index, der geht nur über eine Spalte. Zeile 11 bringt uns ja nichts, weil wir nach Primary Title nicht filtern, sondern nach Original Title. Und das ist in dem Baum erst an zweiter Stelle. Genau. Das ist so ein Ansatz, um Datenbankabfragen schneller zu machen. Der andere gängige Ansatz ist, Abfragen aufzuspalten in den einen Teil, der filtert und der andere Teil, der abruft. Wir hatten mal ein Kundenprojekt, größere Karrieredaten, da waren nicht viele Beraterprofile drin, vielleicht so 8.000, 9.000 Stück oder sowas. Aber die waren jeweils sehr umfangreich mit den 1.000 Sachen, die noch hatten. Und das gab es in mehreren Sprachen und Dateien und tralala. Also das Datenset, was dann letztlich ausgeliefert wurde, war sehr groß und die Ursprungsabfrage war so, dass der Abruf dieser Daten, also die Abfrage, die die Daten abgerufen hat, auch gleichzeitig war, auf die gefiltert wurde. Und das Ergebnis in der Datenbank intern ist dann, der geht die ganzen Joints durch, der macht dieses riesen Datenset mit allen Ergebnissen und filtert dann in diesem riesen Datenset. Lösungsansatz bei uns war dann, eine separate Abfrage zu machen, wo nur die Spalten geladen worden sind. Wir haben uns da nur die ID-Spalte zurückgeben lassen, hatten da alle Filter drin und in der eigentlichen Hauptabfrage haben wir dann gesagt, gib mir alle benötigten Daten für die Einträge mit diesen IDs, die wir vorher gefiltert hatten. Ergebnis war, dass eine Abfrage, die vorher 30 Sekunden gedauert hat, 300 Millisekunden gedauert hat, ohne Funktionseinschränkung. Gut, um deine Frage noch ganz kurz zu beantworten, ja, ich habe Erfahrung mit JC Optimize, das ist bei mir recht gemischt, ehrlich gesagt. Ich finde so Sachen wie, keine Ahnung, CSS-Dateien zusammenfassen, okay, ja gut, JS genauso. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass JCH Optimize das prinzipbedingt erst dann machen kann, wenn Joomla komplett durchgelaufen ist, also auf dem On-After-Render-Moment. Und das bedeutet, er muss das komplette HTML dieser Seite nehmen, parsen und manipulieren. Und je größer der Output dieser Seite ist, desto länger dauert das Parsen und Manipulieren mit den Regexen. Führt dazu, dass es Extremfälle geben kann und auch gibt, wo die Manipulation von JCH mehr Performance kostet, als das sie bringt. Also du hast dann mehr TTFB für die Manipulation, als das, was du an Performance-Gewinn hast für die Folgeprozesse. Ja, ja, das kannst du mal zeigen. Ja, ah ja, stimmt. Dann sind auch die Linken und die... Äh, wo ging das? Und dann sind die, ähm, das soll ich die Datenbanken abfragen. Ja. Also, ja, genau, die Datenbanken, die selbe Nummer. Ja. Und du kannst das auch verlinkt machen und du kannst das klicken und das... Ah, mit aktiviertem X-Bank. Ja, genau. Hast du da einen Link zu? Dokumentation? Ja, das Plugin... Super, dann twitter das gleich mal. Ja. Super. Sonst noch irgendwas? Gut, dann vielen Dank. Super, dann vielen Dank. Super, dann. Untertitelung des ZDF, 2020